Heiße Weihnacht Das Flugzeug ist gelandet und ich bin die Erste an der Tür nach draußen. Alle Leute gucken mich komisch an. Nicht, weil ich die Erste bin, sondern weil ich einen Schneeanzug anhabe. Sie gucken mich an, als wäre ich verrückt. Dabei sind die anderen alle verrückt. Immerhin sind wir zum Nordpol geflogen. Da muss man sich doch warm anziehen. Aber nein, alle im Flugzeug sind angezogen, als wollten sie auf einem Vulkan picknicken. Sogar der Pilot trägt kurze Hosen. Hey Laura, warte auf uns. Das sind meine Eltern, die mich da rufen. Auch sie sind ganz sommerlich angezogen. Ich trage sogar Handschuhe und eine Mütze, die bis über die Ohren geht. Eigentlich guckt nur meine Nasenspitze raus. Eine Stewardess drängelt sich zu mir nach vorne. Sie will bestimmt die Tür aufmachen. Bist du auch warm genug angezogen, fragt sie mich. Ich nicke nur, dann ist ja gut, sagt die Stewardess und öffnet die Tür. Draußen ist es dunkel. Das ist schon in Ordnung. Auch am Nordpol kann es dunkel sein. Allerdings ist es nicht kalt. Es ist alles andere als kalt. Die Luft ist warm und feucht. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind, frage ich die Stewardess. Aber klar doch. Willkommen auf den Bahamas. Meine Eltern kommen aus dem Flugzeug und bleiben neben mir stehen. Warum bist du nicht schon runtergegangen, fragt mich mein Papa. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Wir sind hier falsch, sage ich. Wir sind hier ganz richtig, sagt Mama. Meine Eltern haben sich schon den ganzen Flug über komische Blicke zugeworfen. Sie haben auch versucht, mich zu überreden, etwas Leichteres anzuziehen. Aber ich wollte natürlich nicht. Ich war mir sicher, dass wir zum Nordpol fliegen. Wo hätten wir auch sonst hinfliegen sollen? Morgen ist Weihnachten. Morgen gibt es Geschenke. Auf meinem Wunschzettel stand nur ein einziges Wort. Iglu. Seit drei Jahren steht auf allen meinen Wunschzetteln nur dieses eine Wort. Iglu. Ich will ein echtes Iglu bauen. So wie die Eskimos. Bei uns zu Hause gibt es nie genug Schnee, um daraus ein Iglu zu bauen. Doch dieses Jahr war die große Überraschung, dass wir zu Weihnachten ganz weit wegfliegen. Meine Eltern wollten mir nicht sagen, wohin. Das sollte ja eine Überraschung sein. Mir war natürlich klar, dass wir nur irgendwo hinfliegen können, wo ganz viel Schnee liegt. Der Nordpol bietet sich da doch prima an. Und jetzt das hier. Schwüle Hitze und das einzige Eis, auf das ich hier hoffen kann, wird im Becher serviert. Ich will hier weg. Ganz klar. Freust du dich denn gar nicht, fragt Mama und zieht mir die Mütze vom Kopf. Nein, sage ich und reiße ihr die Mütze wieder aus der Hand. Aber hier ist Sommer. Sommer zu Weihnachten. Das ist doch mal was ganz anderes, sagt Papa. Ich will keinen Sommer zu Weihnachten, sage ich und setze mir die Mütze wieder auf. Ich will ein Iglu und sonst nichts. Zicke, sagt Mama und rennt plötzlich los, weil sie unsere Koffer entdeckt hat. Papa folgt ihr und zieht mich hinterher. Erst stolper ich noch mit ihm mit, doch dann lasse ich mich einfach fallen und mache mich schwer. Papa tut so, als ob er das gar nicht merken würde. Er zieht mich einfach hinter sich her, wie einen Sack Kartoffeln. Das Hotel, in dem wir wohnen, ist super. Das heißt, normalerweise würde ich es super finden. Es hat einen super großen Spielplatz mit allen möglichen Superspielgeräten und ein super Schwimmbecken mit einer super Rutsche. Außerdem gibt es eine super Eisbar, wo man umsonst so viel Eis essen kann, wie man will. Wir haben ein super Zimmer mit einem super Balkon. Das Essen schmeckt super und alle sind super nett. Doch ich habe trotzdem super schlechte Laune. Ich sitze den ganzen Tag in meinem Schneeanzug unter dem Sonnenschirm. Willst du nicht endlich diesen albernen Schneeanzug ausziehen, fragt mich Papa. Er fragt das mindestens fünfmal pro Stunde und bekommt immer die gleiche Antwort von mir. Nein! Du wirst noch einen Hitzschlag bekommen, wenn du weiter in diesem Ding rumläufst. Ich ziehe den Anzug erst aus, wenn ich mein Iglu gebaut habe, sage ich und ziehe mir die Mütze noch etwas tiefer ins Gesicht. Mama ist genervt. Sie hebt einen Zeigefinger und droht mir. Wenn du nicht in zehn Minuten einen Bikini angezogen hast, werfen wir dich ins Wasser. Also überlegst dir, in zehn Minuten hast du dich umgezogen oder du schwimmst so im Pool, wie du jetzt bist. Sie hat eindeutig die Geduld verloren. Sie kann ziemlich ungemütlich werden, wenn sie die Geduld verliert. Deshalb stehe ich auch sofort auf und gehe in unser Hotelzimmer. Ich ziehe den Schneeanzug aus und springe kurz unter die Dusche. Ich bin total verschwitzt. Danach trockne ich mich ab und ziehe meinen blauen Bikini an. Das ist der hässlichste, den ich habe. Wie ich darin aussehe, interessiert mich heute nicht, denn oben drüber ziehe ich wieder meinen Schneeanzug an. Dazu wieder Mütze, Schal und Handschuhe. Völlig vermummt gehe ich zurück zum Pool. Du willst uns wohl wahnsinnig machen, sagt Papa verzweifelt. Wo sind deine Badesachen? fragt Mama und guckt mich böse an. Ich ziehe den Reißverschluss des Schneeanzugs auf und zeige ihr den blauen Bikini. Mama macht ein genervtes Gesicht. Dann winkt sie ab, als ob ihr alles egal wäre und springt ins Wasser. Papa kommt zu mir herüber und kniet sich vor mich hin. Hör mal, Laura, guck mal. Eigentlich ist doch morgen erst Weihnachten. Warte doch erstmal ab, ob du nicht vielleicht doch ein Iglu bekommst. So lange kannst du doch ruhig den blöden Anzug ausziehen und das schöne Wetter genießen. Mach ich nicht, dummer Trick, sage ich und verschränke demonstrativ die Arme vor der Brust. Allerdings ist mir mittlerweile ziemlich heiß, denn wir stehen die ganze Zeit in der Sonne. Ich merke, wie mir überall der Schweiß runterläuft und sich in meinen Stiefeln sammelt. Und wenn ich dir ganz fest verspreche, dass du morgen dein Iglu bekommst? Da glaube ich nicht dran. Du weißt, dass ich meine Versprechen immer halte. Du willst es mir wirklich versprechen? frage ich nach. Hoffentlich macht Papa jetzt keinen Rückzieher. Ich kann es nämlich plötzlich kaum erwarten, aus den ganzen Klamotten rauszukommen. Hoch und heilig versprochen, sagt Papa und macht ein ernstes Gesicht, dem ich einfach glauben muss. Wehe nicht, sage ich. Dann reiße ich mir die Mütze und den Schal vom Kopf und ziehe mir Handschuhe und Stiefel aus. Zum Schluss springe ich aus dem Schneeanzug und direkt ins Wasser hinein. Papa kommt gleich hinterher. Doch unsere übliche Wasserschlacht fällt aus. Der soll erst mal beweisen, dass er Wort halten kann. Der nächste Tag fühlt sich gar nicht nach Weihnachten an. Es sind 35 Grad im Schatten und das Wasser im Pool hat eine Temperatur von 30 Grad. Fast wie in der Badewanne und auf alle Fälle überhaupt nicht wie Weihnachten. Zum Mittag gibt es tropische Früchte und Salat. Danach gehe ich mit Mama an den Strand. Doch so toll finde ich das hier nicht. Der Sand ist glühend heiß unter meinen Füßen und ins Wasser will ich auch nicht. Vom Meerwasser juckt mir immer die Haut. Warum ist Papa nicht mitgekommen, frage ich Mama. Der muss noch was besorgen. Das hat bestimmt mit meinem Iglu zu tun. Da bin ich aber gespannt, wie er in dieser Wüste genug Schnee für ein Iglu auftreiben will. Da müsste er schon ein Wunder vollbringen. Wann gehen wir endlich wieder zurück, frage ich nach fünf Minuten. Mama legt die Zeitung beiseite und guckt auf die Uhr. Lass uns noch zwei Stunden in der Sonne braten. Danach sind wir bestimmt beide in der Stimmung für Papas Überraschung. Die zwei Stunden kommen mir wie Tage vor. In unserem Zimmer holt Mama meinen Schneeanzug aus dem Schrank und wirft ihn auf mein Bett. Mütze, Schal und Handschuhe fliegen hinterher. Hier, zieh das an, sagt sie und zieht sich selber ein T-Shirt über den Kopf. Soll ich wirklich, frage ich. Denn eigentlich bin ich nicht so scharf darauf, wieder in den warmen Klamotten herumzulaufen. Du machst mich noch wahnsinnig, sagt Mama. Erst willst du das Ding nicht ausziehen und jetzt willst du es nicht mehr anziehen. Mach doch, was du willst. Ich ziehe mir jedenfalls alles an, was ich kriegen kann. Ich gucke zu, wie sich Mama ein T-Shirt nach dem anderen überstreift. Dann kommen alle ihre Blusen und Hemden oben drüber. Mach schon. Zieh deinen Anzug an. Ich habe keine Lust auf dich zu warten. Ich schwitze mich jetzt schon dumm und dämlich. Sie meint es wirklich ernst. Ich schlüpfe also in meinen Schneeanzug und setze mir die Mütze auf. Als ich mir den Schal um den Hals wickele, zieht Mama gerade die vierte Hose an. Danach kommen noch drei lange Röcke und zwei Tücher, die sie sich um den Kopf wickelt. Warum ziehen wir uns so dick an, frage ich. Wir gehen zum Nordpol, antwortet Mama. Und dann nimmt sie meine Hand und führt mich aus dem Zimmer. Im Fahrstuhl holt sie einen Schlüssel aus der Tasche und steckt ihn in ein Schloss. Dann dreht sie den Schlüssel und der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung. Ich versuche zu spüren, in welche Richtung wir fahren, bin mir aber nicht ganz sicher. Die haben hier den langsamsten Fahrstuhl der Welt. Bewegt sich der doofe Fahrstuhl überhaupt, frage ich Mama. Merkst du das nicht? Nö, sage ich und schon gehen die Türen wieder auf. Wir laufen durch einen breiten, kahlen Gang ohne Fenster. Aus der Ferne höre ich gedämpfte Stimmen und ein Klirren und Klappern. Ein bisschen unheimlich ist es hier. Als wir um eine Ecke biegen, werden die Geräusche lauter. Ein Hotelangestellter im schwarzen Anzug kommt uns entgegen. Er lächelt uns zu, als ob wir alte Freunde wären. Wir gehen weiter und kommen in eine riesige Küche. Überall wuseln Köche und Kellner herum und bestücken kleine Servierwagen mit leckeren Sachen. Mama bleibt vor einer großen silbernen Tür stehen, die unheimlich schwer aussieht. Bereit für die Bescherung? fragt Mama. Immer, sage ich. Na dann, fröhliche Weihnachten. Mama zieht die schwere Tür auf und schiebt mich in den größten Eisschrank der Welt. Der Raum ist fünfmal so groß wie unser Hotelzimmer. An den Wänden stehen Regale voller Lebensmittel. Alles ist tiefgefroren. Die Kälte beißt mich in die Nase und lässt meinen Atem in kleinen Wolken hochsteigen. Aber in meinem Schneeanzug ist es mollig warm. Papa steht in der Mitte des Raumes an einem Tisch und dreht an einer Kurbel. Ihm scheint nicht so mollig warm zu sein. Genau wie Mama hat er alles angezogen, was er mitgenommen hat. Ich folge ja auch immer noch nicht. Und ich gehe jetzt nicht so mollig warm. Ich gehöre jetzt noch was. Was ist das?